Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wir sehen, dass in vielen Ländern auf der Welt jetzt eine Maskenpflicht herrscht. Wir sehen auch, dass bei uns in vielen Bundesländern an den Schulen eine Maske getragen werden muss. Und wer sich dagegen ausspricht, der wird dann mal schnell suspendiert. In Thailand ist man sogar schon so weit, dass man Kinder in Boxen steckt. In Bayern muss man nun auch ganz aktuell auf bestimmten öffentlichen Plätzen eine Maske tragen. Ganz wild ist es auch in Kanada, wo Masken sogar beim Sex empfohlen werden. Und wir sehen überall, dass wer sich nicht an dieser Maskenpflicht hält, aus welchen Gründen auch immer, fliegt mal schnell aus dem Unterricht oder wird sogar körperlich angegriffen. Jetzt mag man natürlich denken, okay, da ist ein Killer-Virus unterwegs, da ist die Maskenpflicht auch extrem wichtig. Da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien zu. Das ist aber nicht so, das hatte ich in diesem Video mal nachgewiesen. Ja, nun ist zur Maskenpflicht ein sensationaler Artikel in einem medizinischen Fachmagazin erschienen. Der zeigt ganz schön auf, wie das Robert-Koch-Institut und die anderen Gesundheitsbehörden sich hier die Fakten zur Maskenpflicht zurechtbiegen und damit Fake News verbreiten. In diesen Artikel wollen wir hier ganz genau reinschauen. Bevor wir da reingehen, wollen wir uns einfach mal anschauen, was das Robert-Koch-Institut damals zum Masken geschrieben hat. Da stand, dass das Tragen einer Maske empfohlen wird, da die Ansteckung anderer durch infektiöse Tröpfchen so verringert werden kann. Fremdschutz. Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich belegt, sie erscheint aber plausibel. Hingegen gibt es für einen Eigenschutz keine Hinweise. Mittlerweile hat man diesen Text geändert. Nun steht dort, Das Tragen einer MMB, also einer Mund-Nasen-Bedeckung, trägt dazu bei, andere Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln, die man zum Beispiel über ein Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, zu schützen. Fremdschutz. Für diesen Fremdschutz durch den MMB gibt es inzwischen erste wissenschaftliche Hinweise. Also, damals gab es keine Belege dafür, das erschien aber plausibel. Jetzt hat man wissenschaftliche Hinweise. Der Eigenschutz durch MMB ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. Ja, und was das für wissenschaftliche Hinweise sind, wurde in diesem Artikel mit dem Titel Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit, keine Hinweise für eine Wirksamkeit, mal ganz genau auseinandergenommen. Dieser Artikel ist erschienen in der September-Ausgabe einer Fachzeitschrift für Krankenhaushygiene, die von dem renommierten Thieme Verlag herausgegeben wird. Das Besondere an dem Artikel ist auch, dass es dazu Fragen gibt, die man dann als Arzt beantworten kann und damit als eine Fortbildungseinheit auch Punkte sammeln kann. Die Verfasserin ist Prof. Dr. Med. Ines Kapstein, Leiterin der Klinikhygiene im Klinikum Passau. Das steht hier oben direkt drin. Etwa gleichzeitig mit den ersten Lockerungen des Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie wurde Ende April 2020 von allen Bundesländern in Deutschland eine Maskenpflicht für den ÖPNV und für Geschäfte eingeführt und das nicht zuletzt aufgrund der Neubewertung durch das Robert-Koch-Institut. In diesem Beitrag soll die Empfehlung des RKI bewertet werden. Diese Neubewertung von Masken wurde dann vom RKI im Epidemiologischen Bulletin 19-2020 durchgeführt. Dort heißt es, diese Empfehlung zum Tragen einer MMB beruht auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt und zwar bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen. So und da heißt es dann zum Schluss, um möglichst rasch eine nachhaltige Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung und senkende Neuerkrankungszahlen zu erreichen, ist es notwendig, mehrere Komponenten einzusetzen, die sich gegenseitig ergänzen. Dabei sind immer die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen und deren unerwünschte Auswirkungen sorgsam gegeneinander abzuwägen. In dem System verschiedener Maßnahmen ist ein situationsbedingtes generelles Tragen von MMB oder von MNS in der Bevölkerung ein weiterer Baustein, um Übertragung zu reduzieren. Ja und ob es da tatsächlich ein Sorgfältiges Abwägen der Maßnahmen mit den unerwünschten Auswirkungen gegeben hat, meiner Meinung nach kann man das stark bezweifeln, wenn man sich auch mal anschaut. Und die BMI-Leaks, da hieß es ja auch damals von dem Mann aus dem Bundesministerium, dass es bei den ganzen Corona-Maßnahmen keine interne Abwägung zwischen Kosten und Risiken gegeben hat. Kommen wir zurück zu dem Artikel, der sagt, dass das RKI sich auf eine aktuelle Studie berufen hat, dass auch eine MNS zu einer relevanten Reduktion der Ausscheidung von Atemwegs während über die Ausatemluft führt. Diese Studie aus Hongkong wurde bereits zwischen 2013 und 2016 durchgeführt, war also nicht aktuell, sondern wurde erst im Frühjahr 2020 zur Zeit der Corona-Pandemie nur aktuell publiziert. Wenn wir uns auch mal diese Studie aus Hongkong direkt anschauen, da sehen wir hier im Abstract, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass chirurgische Gesichtsmasken die Übertragung von menschlichen Coronaviren und Grippeviren von symptomatischen Personen verhindern können. Ja, Frau Kapstein geht dann weiter auf diese Studie ein und schreibt dann, die Autoren stellen fest, dass ihre Ergebnisse nahelegen, dass MNS, Mund-Nasen-Schutz als OP-Masken von kranken Personen verwendet werden könnten. Wohlgemerkt sprechen sie aber nur von kranken, also symptomatischen Personen und keineswegs von jedem Bürger im öffentlichen Raum. Um diese Frage ging es allerdings auch in dieser Studie nicht, entgegen dem Eindruck, den man beim Lesen des RKI-Beitrags gewinnen kann. Nach Ansicht der Autoren sind ihre Ergebnisse nur eingeschränkt aussagefähig, weil bei einem großen Anteil der Probanden, unabhängig von der Art ihrer Virusinfektion, auch ohne MNS, keine Virusfreisetzung nachgewiesen werden konnte und dies trotz der langen Messdauer von 30 Minuten. Wir sehen also diese Studie aus Hongkong, die man anführt, man spricht dann nur von symptomatischen Personen und die Autoren der Studie sagen selbst, dass diese Ergebnisse nur eingeschränkt aussagefähig sind. Frau Dr. Kapstein schreibt zu dieser Studie, obwohl genau dafür als Beleg im Beitrag des RKI zitiert, liefert die Studie keinen Hinweis darauf, dass das generelle Tragen von MNB, ob professioneller MNS oder sogenannte Community-Masken im öffentlichen Raum, in Geschäften, im ÖPNV das Risiko einer Infektion für die Personen reduzieren kann, denen man währenddessen begegnet. Dies allerdings mit Kontaktzeiten, dem Vergleich zu der Messdauer in der Studie von 30 Minuten, in aller Regel deutlich kürzer sind. Die Studienergebnisse zeigen, dass das Risiko, mit ausgeschiedenen Viren anderer Menschen in Kontakt zu kommen, noch einmal sehr viel geringer und wahrscheinlich zu vernachlässigen ist, wenn man nicht direkt angehustet wird. Eine Situation, die die meisten Menschen in Geschäften oder im ÖPNV kaum je wirklich erlebt haben wären. Auch wenn gerade eine solche Situation als Risiko und damit als eine Begründung für MNB angeführt wird. So, wir sehen also hier, das RKI zitiert eine Studie, die was ganz anderes sagt, als man belegen will. Insofern sind das eigentlich diese Fake News, von denen man da immer redet. Es gibt enorm viele Fake News zum Coronavirus. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen Schaden. Desinformation kann Leben kosten. Aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen. Auch an dieser Stelle nimmt das RKI es nicht so ganz genau mit der wissenschaftlich genauen Wiedergabe von Studien. In einer Aktualisierung ihres Cochrane Reviews aus dem Jahr 2003 empfehlen die Autoren basierend auf Beobachtungsstudien während des SARS-Ausbruchs den Einsatz von Masken ebenfalls in Kombination mit anderen Maßnahmen. Bezugnehmend auf dieses Cochrane Review schreibt Frau Prof. Dr. Kapstein, In diesen Studien ging es jedoch nicht um das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit, wie es in Deutschland und manch anderen Ländern für alle Bürger in bestimmten Situationen, Geschäfte, ÖPNV, zur Pflicht gemacht wurde. Vielmehr wurden Untersuchungen in ganz anderen Settings ausgewertet und somit ist es irreführend, wenn dies im Text des RKI-Beitrags steht, in dem es ja explizit um den Gebrauch von Masken in der Öffentlichkeit geht. Hier haben wir also schon die zweite Stelle, wo sich das Robert-Koch-Institut die Fakten ja sozusagen zurecht biegt. Und das sind nur zwei Beispiele. Es gibt enorm viele Fake News zum Coronavirus. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Oder auch hier mangelt es bei der Kommunikation des RKI. Dass der bei der Tröpfchenübertragung entscheidender Face-to-Face-Kontakt im Verlauf der Corona-Krise irgendwann quasi verloren gegangen ist, zu Beginn der Pandemie jedenfalls war beim RKI und in den Medien noch ständig vom mindestens 50-minütigen Face-to-Face-Kontakt als Voraussetzung für eine Erregerübertragung die Rede und durch einen Rundumabstand von mindestens 1,5 Meter ersetzt wurde, ist ein wichtiger Faktor für die zahlreichen Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Nicht selten reagieren manche Menschen ängstlich, wenn jemand von irgendeiner Seite zu nahe kommt. Und hier noch eine weitere Stelle, wo vom RKI ja eine sehr mangelhafte Kommunikation zu sehen ist. Nachdem sich das RKI auf den ersten beiden Seiten nur eher vorsichtig zu der möglichen positiven Auswiegung geäußert hat, könnte, kann, spricht es in dem letzten Satz mit ist, aber so, als ob das Tragen vom NMB tatsächlich, also durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt, ein solcher Baustein wäre. Dies allerdings ohne, dass dafür eine wissenschaftliche Grundlage angeführt wurde. Und während diese Formulierung am Ende des Beitrags mag für alle Leser, zum Beispiel Journalisten, gewählt worden sein, die nur den letzten Satz oder Absatz eines Artikels lesen, weil dort oft ein leicht lesbares, kurz gefasstes Resümee gegeben wird. Bei den Lesern hängenbleiben wird damit der Eindruck, dass eine positive Wirkung der Maskenempfehlung für den öffentlichen Raum eine Tatsache darstellt, was jedoch gerade nicht der Fall ist. Wir sehen also viele super spannende Sachen in dem Artikel. Also ich kann nur empfehlen, dass sich jeder den mal bei Interesse ganz genau durchschaut. Ich fand ihn sehr spannend. Sie geht hier auch noch auf die Einschätzung der internationalen Gesundheitsbehörden wie die WHO, E-CDC und CDC ein. Wir wollen hier uns einfach mal exemplarisch anschauen, wie es bei der WHO aussieht. Die WHO hatte 2019 nicht medizinische MNS, nur mit Vorbehalt zum Schutz der Allgemeinbevölkerung bei schweren Epi- und Pandemien und chirurgischen Masken. Und chirurgische Masken für symptomatische Personen bei Kontakt mit anderen Menschen empfohlen, obwohl es keine wissenschaftliche Evidenz dazu gäbe, ob diese Maßnahme effektiv sei, um Erregerübertragung zu reduzieren. Vielmehr beruhe die potenzielle Effektivität auf Plausibilität. In der zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags aktuellsten Empfehlung vom Juni 2020 schreibt die WHO im Zusammenhang mit Covid-19 zu Masken in der Öffentlichkeit, wie bereits in der vorangegangenen Empfehlung vom April, dass es derzeit keine wissenschaftlichen Daten gäbe, dass das Tragen von Masken, medizinische MNS, bis hin zu sogenannten Community-Masken durch anscheinend gesunde Personen im öffentlichen Setting von Infektionen mit respiratorischen Viren inklusive Covid-19 schützen könne. In dieser neuen Empfehlung geht die WHO nehmen den Gebrauch von Masken im medizinischen Bereich erstmals ausführlich auf den Gebrauch von Masken durch die Bevölkerung im öffentlichen Raum ein und macht dazu sehr differenzierte Angaben. Danach solle in bestimmten Situationen des öffentlichen Lebens das Tragen von Masken gefördert werden, ist also von der WHO nicht als Vorschrift oder Pflicht gedacht. Dafür gäbe es aber keine direkte wissenschaftliche Evidenz und neben möglichen Vorteilen sind auch Nachteile zu nennen. Wer sich die ganzen WHO-Empfehlungen mal detailliert anschauen will, ich habe alle Quellen unten verlinkt, schaut da gerne mal rein. Ich habe die Autorin in einer Infobox die potenziellen Vor- und Nachteile von Alltagsmasken gemäß WHO zusammengefasst. Wir sehen, es gibt hier deutlich mehr nach als Vorteile. Wir sehen also, dass die WHO, obwohl es keine direkte wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit eingeschränkt empfiehlt. Interessant dabei ist, wie man denn zu dieser Empfehlung gekommen ist. Dazu lesen wir im Daily Mail. Am 12. Juli enthüllte Deborah Cohen, die medizinische Korrespondentin, vom BBC to Newsnight etwas Erstaunliches. Die WHO hatte ihren Ratschlag zu Gesichtsmasken von Tragen Sie sie nicht, Enttragen Sie sie doch geändert. Aber die wichtigste Tatsache war, dass sie dies nicht aufgrund wissenschaftlicher Informationen getan hatte. Die Beweise hatten das Tragen von Gesichtsmasken nicht befürwortet, sondern aufgrund politischer Lobbyarbeit. Das verrät sie auf Twitter. Uns war von verschiedenen Quellen mitgeteilt worden, dass der WHO-Ausschuss, der die Beweise prüfte, keine Masken befürwortet hatte, aber sie empfahlen sie aufgrund politischer Lobbyarbeit. Sie sagte, die BBC habe dies dann der WHO vorgelegt, die es nicht dementierte. Hier auch nochmal der originale Tweet von der BBC-Korrespondentin. Wir sehen also hier, das Tragen von Masken wird von der obersten Gesundheitsbehörde der Welt nicht aufgrund von wissenschaftlicher Evidenz empfohlen, sondern aufgrund von politischem Lobbyismus. Das sagt die BBC hier. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisationen? Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen schaden? Dann ist es auch kein Wunder, wenn Stefan Homburg hier feststellt, Mein Hauptpunkt ist, auf den Seiten der WHO stand vor der Krise der wohl als selbstverständlich geltende Hinweis, so Alltagsmasken bei Infektionswellen bringen nichts. Seither, und das macht mich aber eher misstrauisch, als dass ich umdenke, erscheint eine Studie nach der anderen, wie toll jede Art von Masken sind. Und zwar erscheinen diese Studien, das kann man genau sehen, nachdem die Politik umentschieden hat und plötzlich Ende März, Anfang April, es war verschieden je nach Land, sagte, Masken sind eine gute Sache. Das ist übrigens eine sehr empfehlenswerte Sendung, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass Kritiker dieser Corona-Maßnahmen mit Befürwortern dieser Maßnahmen sich einfach mal offen unterhalten, an einen Tisch setzen. Sukhari Bhakti ist auch dabei. Insofern schaut da gerne mal rein, habe ich hier unten verlinkt. Ja, ich meine, wenn ich da recherchiert habe, was da so die Evidenz der Maskenpflicht angeht, da hat man sich immer auf eine Studie aus Jena berufen, da wollen wir hier mal reinschauen. Ja, da kam man dann Anfang Juni mit einer Studie zu der Einführung der Maskenpflicht in Jena. Die Masken, die sollen dann da angeblich für den Rückgang der Infektion verantwortlich sein. Kapstein geht auch auf diese Studie darauf ein und sagt, dass schon bereits vor der Einführung der Maskenpflicht ein kontinuierlicher und deutlicher Rückgang der Infektion zu sehen war. Diese Modellierungsstudie, die übrigens von Ökonomen durchgeführt wurde, hält also nicht, was sie verspricht. So, kommen wir jetzt zum Resümee zur wissenschaftlichen Grundlage. Trotz fehlender wissenschaftlicher Evidenz haben sowohl WHO, ECDC, CDC und RKI allesamt in der Regel hochgeachtete nationale und internationale wissenschaftliche Gesundheitsbehörden das Tragen von Masken im öffentlichen Raum empfohlen, mit der Folge, dass sich die Politik auf eben diese, aber ohne wissenschaftliche Grundlage vorgenommenen Einschätzungen beruft. Die Warnhinweise jedoch beschränken sich dabei auf die Notwendigkeit, trotzdem Abstand zu wahren. Man muss feststellen, dass alle nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden entgegen der wissenschaftlich etablierten Standards der Evident-Based Medicine eine Einschätzung zum Tragen von Masken im öffentlichen Raum mit großer Tragweite abgegeben haben, die lediglich auf sogenannte plausiblen Überlegungen beruht, was jedoch nicht ausreichen kann, um der Politik in einer solchen Lage, das heißt für den Einsatz bei Millionen von Menschen, eine wissenschaftliche fundierte Entscheidungsbasis zu vermitteln. Fazit. Aus einer Maskenpflicht für viele Millionen Bürger in Deutschland können jeden Tag zig-millionenfache Kontaminationen resultieren, die zu einem wesentlichen Teil vermeidbar wären, weil die ohnehin schon häufigen Hand-Gesichtskontakte der Menschen durch die Maskenpflicht noch häufiger wären. Händewaschen unterwegs aber nur ausnahmsweise möglich ist. Dabei besteht das Risiko, dass der schon zwangsläufig unsachgemäße Umgang mit der Maske und die erhöhte Tendenz, sich selbst ins Gesicht zu fassen, während man die Maske trägt, tatsächlich das Risiko einer Erregerverbreitung und damit Erregerübertragung noch erhöht. Ein Risiko, das man doch aber gerade durch die Masken reduzieren will. Eine Maskenpflicht vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl und ein falsches Sicherheitsgefühl ist immer ein Sicherheitsrisiko. Schlussfolgerung. Die Empfehlung für MNB im öffentlichen Raum hat erstens keine wissenschaftliche Grundlage und ist zweitens sogar potenziell kontraproduktiv. Angesichts der niedrigen Inzidenz von Covid-19, das ist Stand Juli 2020, und somit auch angesichts der Tatsache, dass eine Überlastung des Medizinsystems und insbesondere der Intensivbehaltungskapazitäten nicht zu erwarten ist und im Übrigen auch in den Wochen zuvor nicht gegeben war, ist eine so einschneidende Maßnahme wie die generelle Maskenpflicht, für die bei weitem überwiegende Mehrheit aller Bürger im öffentlichen Raum nicht zu begründen und entspricht auch nicht der Empfehlung der WHO. Hier unten geht die Autorin nochmal an, dass es keine finanziellen oder auch nicht finanziellen Interessen gibt. Insofern, die Frau ist also sehr unabhängig, was man also offenbar von der WHO, die ja auch von Bill Gates im großen Stil finanziert wird, nicht behaupten kann. Wir sehen also, dass die Autorin hier ganz klar zu der Feststellung kommt, dass die nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden entgegen der wissenschaftlichen Standard der evidenzbasierten Medizin keine wissenschaftliche Grundlage für die Empfehlung von Masken haben und diese sogar potenziell kontraproduktiv sind. Und wir sehen, dass nicht nur die Gesundheitsbehörden gegen das evidenzbasierte Arbeiten verstoßen, sondern auch die Medien. So hat das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierter Medizin e.V. bereits zum dritten Mal diesen Jahres die mangelhafte evidenzbasierte Risikokommunikation der renommierten Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die Öffentlich-Rechtlichen, BBC oder CNN kritisiert. In der Stellungsnahme ist die Rede von irreführender Darstellung in den Medien und absurden Informationen in missverständlichen Ranglisten. Selbst in den Leitmedien seien beispielsweise zur Beschreibung des Infektionsrisikos über Monate lediglich Fallzahlen ohne Bezugsgrößen genutzt worden. Und dass die Medien nicht so berichten, wie sie berichten sollten, sieht man auch, dass man diesen sensationellen Artikel nur in einer einzigen Mainstream-Kelle findet. Wir wissen ja auch aus diesem Artikel des Deutschlandfunks, dass die Medien bei Corona ja sozusagen der verlängerte Arm der Regierung sind. Aber was soll man da auch anderes erwarten, wenn sie da Steuergelder in Millionenhöhe erhalten? Ja, da kann man sich auch mal fragen, sind die Gesundheitsbehörden tatsächlich so inkompetent, dass sie sich nicht mal an diese wissenschaftlichen Standards der evidenzbasierten Medizin halten? Oder gibt es dann auch noch ganz andere Gründe? Drosten hat uns da einen schönen Hinweis gegeben. Zuerst hat er gesagt, damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf. Können wir nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut, für das Aufhalten mit der Maske. Um dann Masken als Erinnerung für alle an den Ernst der Lage zu empfehlen. So, hier habe ich auch nochmal für euch alle Fakten zu der Maskenpflicht zusammengestellt, mit seriösen Quellen und natürlich auch ganz neutral gehalten. Ihr wisst ja, die Masken-Gläubigen, die vertrauen eigentlich nur Quellen, wo dann oben ZDF oder Süddeutsche oder irgendwas draufsteht. Die renommierten Qualitätsmedien, die natürlich alle auf Linie sind, wie wir wissen. Insofern, dieses Dokument könnt ihr gerne weiterleiten. Ich habe das auch bei mir in der Telegram-Gruppe nochmal als Flyer reingestellt. Schaut da auch gerne rein. Ich habe es hier unten verlinkt. Diese Flyer könnt ihr einfach irgendwie Freundin geben oder auch, wenn ihr Leute auf der Straße seht, die sogar an Plätzen oder an Stellen, wo sie keine Maske tragen müssen, eine Maske tragen. Vielleicht schauen die rein. Insofern würde mich freuen, wenn dieses Dokument und diese Flyer große Verbreitung finden. Ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und bin natürlich auch gespannt, was eure Meinung zu der Maskenpflicht ist. Wie sieht es da bei euch aus? Tragt ihr die immer oder habt ihr einen Test oder seid grundsätzlich Maskenverweigerer? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.